Was geht ab, Leute? Ich bin nur der Lead Games Team. Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Raus hier! Ein... Hamster Rocket im Arsch! Ja, doch wirklich... Geht im Hintergang. Oh, shit! Oh, shit! Scheiße! Oh, shit! Mein Gedanke. Drei Sekunde ausführen, was wir machen sollen. Wir gehen einfach mal hier durch. Let's go, let's go, let's go. Hallo. Ah, wieso kann ich dich nicht zerstören? Oh, shit, ja. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha, ha, ha! Ja, sauber! Geht doch nichts über frisches Handfleisch! Ha, 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 ha! Yeah, ja, und Ethan will die jeden einzelnen von den Killen. Warte, haben die vielleicht Rose? Ethan, wie kommen sie denn da drauf? Äh, hab ich jetzt nicht gedacht. Boah, das ist dunkel wie Sau, ey. Sieht aber beeindruckend aus. Lass es ruhig so dunkel. Oh, toll! Schnelle durch. Fallen scheinen alle kaputt zu sein. Haben das Ganze deaktiviert. Ohne Scheiß, das sieht so beeindruckend aus mit Raytracing. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wir wissen natürlich, dass der überlebt hat. Ach, wir sind wieder hier, wo wir reingehen wollten. Ah, geht's weiter. Und hier fehlt wieder irgendwas. Oder dürfen wir mal? Ah, krass, es öffnet sich sogar. Aha. Boah, ich will mal hier lang gehen. Ah, so ist Tor. Dicht. Kommen wir vielleicht hinterher. Wenn wir einmal rumgegangen sind, wieder raus. Also, ich muss Capcom wirklich wieder loben. An jeder Stelle. Also, was sie hier raushauen, grafisch und kreativ, ist mega. Das ist supergeil. Gehen total mit der Zeit, finde ich. Fuck, gehen wir nach draußen? Das war quasi, ja, ja, klar, wir sind reingegangen. Das war so, wie sagt man, dieses Vortor, bevor man in die Burg reingeht, so, ne? Ich hab sogar noch alle Waffen. Ich mein, die haben mir nicht meine Waffen abgenommen, wo ich da war. Was ist los mit denen? What are you buying? What are you selling? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Ja, ja. Eine riesen Wampe. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Und die lassen den auch so stehen vorm Schloss für Ethan, ne? So. Ich muss es wirklich lassen. Ich finde, das ist sehr märchenhaft, das Ganze. So fabelwesen-mäßig, so. Das ist echt ein toller Touch, ey. Finde ich toll. Hier hat sowas, äh... Ja, nicht Disney. Aber ihr wisst, was ich meine. Duke Semporium, auch so schön. Ich bin adenlich, ne? Bitte zieh dir auch meine neuen Waren an. Gut gekauft, ist halb gewonnen, ne? Schauen wir jetzt mal hier rein. Okay. Das ist ein bisschen anders, als man das irgendwie gewohnt ist. 500. Ähm... Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Cool. Finde ich schon mal geil, weil, äh... Ist immer toll. Das Inventar ist aber relativ groß. Ähm... Scharfschützen, Munition. Minen. Sehr interessant, wenn wir wieder im Kreis laufen müssen. Erweitertes Magazin. Mit Munition brauche ich nicht. Stecher. Ich habe anscheinend ziemlich viel Geld auf dem Weg auch liegen gelassen, schätze ich mal. Für die Flinte. Man kann sich ja immer auf irgendwas spezialisieren. Ich werde das aber auf freie Schnauze machen. Gut. Werkstattmodifikation. Mhm. Ja. Das übliche. Ich... Das ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen riesig, ne? Äh... Ich werde mich auf die Shotgun spezialisieren. Ich werde die als Shotgun aber noch nicht upgraden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir noch eine bessere kriegen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Oh krass, die können wir verticken, ey. Aber dann wird das Spiel schwer. Ja gut, ich kaufe nichts. Also, wir kommen noch klar. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Macht er jetzt sein Tor zu, wenn wir weggehen und rollt sich wieder rein. Das wäre witzig. Hat auch so einen Bloodborne Dark Souls Vibe so, ne? Ach guck mal, dahinter ist ein Pferd, der das ziehen soll. Ach du Scheiße, ey. Das Pferd ist aber nicht 1 PS. Das muss, glaube ich, 10 PS sein. Mindestens. Komm nicht drüber hinweg. Da haben die wieder so einen Salesman reingemacht nach Resident Evil 4. Echt cool. Alter, da bleibt mir die Spucke weg, ey. Also, ich habe Raytracing in Call of Duty gesehen. Ich habe das in vielen Spielen gesehen, aber... Könnte Rose hier sein? Ach, guckt euch das an, wie realistisch das ist, ey. Meine Fresse, ey. Guckt euch die Verzierung hier an. Kann eben. So cool. Also, das ist für mich das erste Spiel, wo ich das so richtig, richtig gut sehe. Nichts passiert. Und ja, es ist wirklich sehr dunkel. Ich sehe genauso viel wie ihr. Möchte es aber also lassen. Ich habe es schon ein bisschen heller eingestellt als normal, aber... Hey. Okay. Das teure Teil hat sich ja Millionen gekostet. Jetzt bestimmt noch irgendwelche Rätsel. Ach, guck mal hier. Drei Töchter. Bella, Cassandra, Daniela. Okay. Jetzt wird die Vorhänge so weiß gewaschen. Wir hauen alles kaputt. Anderen Seite verschlossen. Ah, das habe ich im Trailer gesehen. Hier jagt uns die Vampirlady ein bisschen gleich. Das erinnert mich daran. Ich lad mal meine Waffen durch, wenn ich kann. Kann ja nie wissen. Gepeinigte Schreie. Ah, sieht das gut aus. Leute, Leute, Leute. Sieht das gut aus. Echt was Schönes. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Finde der... Das habe ich noch nicht lesen. Finde der Vierengel Antlitz. Ah, jetzt geht los. Dann ist klar. Er lässt sich dann schon gerne aufschließen. Das ist Blut. Halt. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Gut, dann zeig mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bis den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Alter. Ist auch ein bisschen älter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, hey. Ah! Ah! Was, 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 was ist das? Hörst du sofort auf? Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey. Lass mich runter. Alter. Oh Gott. Versuchen wir uns freizuschwingen? Keine Ahnung. Oh, einen Haken aufgespießt, ey. Oh, normalerweise muss das oben rausgehen, ey. Geht ja gar nicht anders. Oh. Den fehlen schon. Die sind doch völlig krank. Boah, das muss so wehtun. Oh. Und Weinglas kann ich mitnehmen. Kann ich bestimmt gut verzinken. Ist hier ein Mandel hier abgelegt Ja wohl Blutkuchen In Syrvanien unterwegs oder was Ey Überall Vampire Auf der anderen Seite abgeschlossen Na dann machen wir unsere Radaraugen mal an Hier ist bestimmt ein versteckter Knopf Oh Oh, oh, okay Das sieht so krass aus ey Wahnsinn Ring mit rostrotem Auge Dieses, oh, dieser Sound Wie in Resident Evil Eins würde ich fast schon sagen Wir werden gleich sowieso wieder gejagt Und ich finde diese Passagen öde Muss ich echt zugeben Im Kreisrennen passiert nix Irgendwie verzweifelt entkommen Kann ich was mixen? Kann ich tatsächlich Machen wir auch Die haben das wirklich entschlackt und erleichtert Die haben das weggemacht Man muss nicht mehr selbstständig kombinieren und organisieren Das wird für einen gemacht Kann man natürlich, wenn man möchte Moment Kann ich das bewegen? Objekte stapeln Alt Nee Shift ist bewegen Ah Ah, okay So, ich kann es immer noch selber organisieren Wie ich will So Komm mir aus Ein Kristallfragment Da gehe ich nicht lang Weil ich hier noch nicht war Ach doch, hier kam ich doch her Klar Oder? Aha Kommt wieder hier in den Raum Hier war nicht zufällig eine Schreibmaschine, ne? Nö Mädchen bei der Ernte Maiden sind doch Jungfrauen bei der Ernte, oder? Warum sind die Dinger hier wieder? Aber wir müssen hier wieder Rätsel lösen So einen Ring werden wir hier nicht reinstecken können Nee Kann man vielleicht auch mal lesen, was das hier ist Finde, der vier Engel antlitz und du wirst Errettet Warum wollen wir gerettet werden? Wollen die uns nicht töten? Naja Ciao, Mama Ciao, Mama Ciao, Mama Untertitelung des ZDF, 2020